Außerdem habe ich letzte Woche mit irgendeinem random Affen, ich war sofort tot, es war dem... Dann schreit er hin! Was soll denn sonst schreien? Uga Uga? Habt ihr mich ein bisschen leiser gestaltet? Ich weiß nicht, wie hoch meine Stimme dann geht. Wie extra lauter geht das? So machst du das? Moment! 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 Der Schlag ist in Ordnung, wenn der einfach hinter mir steht. Ja, noch nicht. Mit der Artikel und der Kampf hier. Auf, Alter. Fuck, Alter! Nein! Malin, du hattest wieviel Schuss hattest du noch in der 5-7? Da waren doch voll viel drüber, oder? Ich wollte die Awe nehmen, damit ich den Highway phasen kann. Das sieht gut aus. Ich hab ein schlechtes Gefühl, muss ich sagen. Das sieht gut aus. Oh mein Gott, es hat funktioniert! Ich hab's dir gesagt. Ich hab die Lobby gefixt! Und jetzt ist Connected der Kriller. Und dann geh ich weinen. Geh ich in irgendeine freie Ecke von meinem Zimmer, dann weine ich. Oh ja, bitte, tu das. Ich hab nicht so viele freie Ecke, fällt mir grad mal auf. Bitte, fang an zu weinen. Der Killer ist das korrekt! Mischest du mir das an! Was zum Teufel machst du da? Warum ist Babas schwarze Schmerzer als Angelinas schwarzer? Weil du Rassistisch bist. Aber es ist der gleiche Charakter. Baba hat grad Hunger. Siehst du, der rechte Ecke ist schwarzer als der linke. Bei mir ist der linke Schwarzer, aber okay. Also, bei mir, also ich würde jetzt danach nochmal ausgehen. Und das ist eine ganz verrückte Theorie. Die eine steht näher am Feuer. Ja gut! Junge, du blendest einen gerade! Das Schlimme ist ein Flash und sie ist going! Komm, jetzt haben wir nicht hier, oder? Warum? Ich dachte, die wäre schon oben! Ja, Marek, ich hab sie sowas benannt. Bist du Raucherhaus, Baba? Ja, bin ich. Das ist super nett von dir, Pricks, Baba. Also, ich hab sie hier gejukt, bis sie tot ist und so weiter und so fort, wie man das auch immer nennt mag. Too easy for me. Ja, Fecht wollte halt einfach wieder rein, um sie halt zu verwirren, weißt du? Aber der Hit war super frech von mir. Könnt mich mal, beiden. Oh Mann. Ich bin sogar geheilt. Bei dieses Anfecht. Scheiße, kann ich zurück? Doch, jetzt. Warte! Was? Ich brauche nur noch Munitionen. Ich war in Angelina festgesteckt. Was? Wow. Ja. Ja, wow. Jetzt habe ich sie auch begriffen. Jeder, wie er will, ne? Also... Ah! Ah! Äh... Also... Na, oh Gott. Fuck this. To port! Jetzt hör auf! Wir sind ein guter support, Leute! Wir sind ein guter support, Leute! Das ist mit dem Cross-Up Placement scheint schwer zu sein. Hier, da, genau. Der läuft außen. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Hops! Wie kann man so... Wie kann man so behindert sein?! Wie geht das? Warum? Du hast schon gesehen, dass der dasselbe anhatte. Ich habe mich immer noch für den Schrottplatz so komisch aufgebaut. Gänge zwischen denen zu machen und Paletten dazwischen zu legen. Und dann auf einmal Pinzer dazwischen denen zu haben. Kaputt gemachten Autos, toll. Hast du dir mal Supernatural angeguckt? Ja, ich so. Aber die haben keine Fenster dazwischen gemacht. Solange der Karo wegrennt. Oder kann Resamard-Killer spielen. Oh nein, oh Gott. Dann braucht keiner wegrennen. Der Karo rennt ja immer noch nah. Ja. Na, der Kind daher. Na, boah, Lowry! Ey, warte mal, na? Ey, magst du mich mal kurz voll machen? Natürlich. Ich sage dir jetzt nichts. Wir müssen uns dasselbe wissen. Du bist doch neben uns, ne? Ist ja klar, oder? Da kommt man. Bomm ist bitte. Oh, fuck. Connector? Z2. B ist frei, Jungs. B ist frei. Ja, ich komme mit der Bommel. Null, Baba. Jetzt auf. Ahm. Wir wollen jetzt auf B rauf. Komm, ich komme mit der Bommel. Nein, aah. Reicht, alles safe. Ich habe kein Anblick. Nein, ich warte, überlegen, was ich jetzt mache. Ich überlege halt einfach mal, Nades da runterzuschmeißen. Egal. Ich würde es dann machen, um es einfach mit zu laufen. Also damit ist es einfach mit zu laufen. I'm stopp. Hahahaha. Baba ist alles los. Hahahaha. Weißt du, was schaust auf dem Busch? Ja, links kommt eine. Beim Auto. Beide beim Auto. Habe einen ausgenockt? Ich habe es auch nicht in den Bär. Hahahaha. Nichts passiert, dann fliegt den Held. Auf einmal sterben vier Leute. Alter. Also ich habe sieben Kills und du so. Ich habe drei. Ich habe drei. in diesem Fall einen an einemや. Ja, ich war jetzt an dem für mich. Woaczy. Oben kann keiner sein, oder? Nein. Servus! Ja, baut mal hin. Okay. Zouhoebak würde sterben. Ich brauchst du nur noch so, so einen Indianer-Spitzname. Hä. Ich glaube, ich bin erstmal raus aus dem Spiel, genug Adrenalin für heute. Katast, Adrenalin genug gibt es gar nicht, hallo? Ich glaube, ich habe gerade mehr Kalorien verbrannt als beim Sport. Alles klar! Ich bin aber auch raus, ich habe Kopfschmerzen, mir schlecht. Typischer Ausblick vom Vibes und Sex, nee, ich habe Kopfschmerzen, ich habe auch Mühe in mir schlecht. Ich bin doch erfrieden. Bis zum nächsten Mal.